Kurz erklären, willst du kurz erklären, warum ich so bin, wie ich bin zu dir? Ja, es tut mir leid, ich war nicht so der Fairste. Aha, okay, was bedeutet das? Nee, ich hab Scheiße gebaut. Oh shit, warum? Was hast du gemacht? Nee, das ist also... Ja, das ist ein langes Thema, oder? Also so lang ist es technisch nicht, ich weiß, aber... Ist es ungefähr acht Monate lang? Also ihr müsst euch vorstellen, Stegi hat mir acht Monate lang nicht geantwortet, hat mir nicht geschrieben und ich hab Stegi echt oft geschrieben und hab Stegi Postkarten geschickt, wo ich drauf geschrieben habe, hey, melde dich doch mal bitte endlich wieder. Weißt du, was er bei mir gemacht hat? Bei mir war er vor Ort in der Wohnung und wollte auf Biegen und Brechen meinen Live-Standort haben, damit er mich stalken kann, dieser Hund. Der wollte abholen, während ich mit Marsha Dates hab, dieser Wichser. Also so genau hätte ich es nicht gesagt, aber okay.